Da ist eine Rakete hier einge... Oh, wenn ihr dran geht, hört ihr das auch. Hallo. 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 So, da sind wir wieder. Desolate mit dem Unguard Freak und der Bummelrunde. Und heute geht es, wir gehen jetzt hier zu dem Endgegner. Wir haben die Schnauze voll, wir hauen jetzt alle weg. Auf ins Bollwerk. Auf ins Bollwerk. Bauwerk hätte ich beinahe gesagt. Bauwerk. Heute wird der Endgegner gesnatcht. Die müssen so 1300 Meter in die Richtung. 1300. Haben wir dazwischen vielleicht noch irgendwie so ein Ding, mit dem wir fahren können? Ne, die haben schon geguckt. Puh. Ja. Das, äh, ja. Doch, wir könnten hier. Pass mal auf. Hier, hier, da unten ist die 2. Hier, ich hab die 2 markiert. Wir können mit der 2 fahren und dann müssen wir nur noch zwei Felder nach oben laufen. Wo ist die 2? Da hinten. Wieso bin ich denn jetzt die blau? Ich bin blau. Äh, die 2? Genau, dann sind wir nämlich direkt auf der richtigen, äh, Koordinator und können nach oben fahren. Okay. So. Okay. Okay, da hast du mir so viele Bauteile, ne? Was? Übergelebt. Du hast aber nicht so viele Bauteile, ne? Ich habe jetzt noch Bauteile. Die Pseudonymer hat mehr Bauteile gegeben und ich habe noch genügend Bauteile, um meine Rüstung mindestens einmal zu reparieren. Du solltest trotzdem looten und alles auseinanderbauen, was du findest. Okay. Ich kann dir leider keine Bauteile aus meinem Inventar bringen. Warum denn? Ey, pass auf, wir bereiten uns hier fett vor und der Endgegner die ganze Zeit fährt er um. Wahrscheinlich. Au. Hä? Ich hab einen Schwindler erlegt. Windler. Windler? Ja. Und ich nehme alles auseinander, was der hat. Sehr gut. Mach ich ja auch immer, aber ich hab ja vorhin was eingekommen. Ich hab ja noch Munitionenpulver Ding. Ich hab auch nochmal Sachen gekauft und so, also so ist jetzt nicht. So. So, ich war ja schon wieder vor mir. Ich bin im Fahrstuhl. Ah, komm her, man lieber, ich mach dich katapult. Kacke tot? So. Vor allen Dingen hoffe ich echt, dass wir ein paar Gegner begegnen, weil ich habe jetzt... Oh, 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 oh. Komm, ich sammle auch ein bisschen was für dich, wenn ich was finde, ja? Und dann kannst du das auch sagen. Hä? Wir backen die hier voll weg. Wer? Die Schwindler. Ja, irgendwas war eben. Was ist jetzt passiert? Ich hab einen Schwindler umgehauen. Okay. Noch ein. Ich fahre mit dem Aufzug. Wie, wer ist für Schwindler? Hier rum standen wir mit der Rutschung. Amity und Dampity. Wow. Ich bin in den Aufzug rein und von außen... Ich war in dem Aufzug in der Animation gefangen und von außen hat mich irgendwie ein Dork oder sowas angegriffen. Was soll das für eine Scheiße? Hallo. Hi. Ich wurde auf jeden Fall geschädigt. Wie geschädigt? Geschädigt. So, ich bin raus. Du könntest dann auch nachkommen. Okay, ich bin in den Aufzug. Was möchtest du, Roboter, Ankert? Ey, guck mal, da kämpft ein Dork mit dem NL-Soldaten. Ich wette, der Dork gewinnt. Egal, wer gewinnt. Oh, oh, da kommt ein zweiter NL-Soldat. Weil der Dork ja so super, super, super bösartig ist. Hm, ist er auch. Oh, die haben den Dork niedergeknüppelt. Ich könnte jetzt eine Granate werfen. Dann würde ich endlich mal einen Granatenkill bekommen. Ja, ist ja nicht so, als bräuchten wir vielleicht noch ein bisschen was für den Endpacken oder so. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, mach ruhig. Hey, lass das. Ich muss Sachen sammeln. Wo bist denn du überhaupt, Tia? Na da. So, jetzt hört ihr mich wieder vernünftig. Ach, hi, Ankart. Ja, ich bin Discord. Wie immer. So. Ich sammle hier Sachen für dich. Und du baust die gleich alle auseinander, klar. Ist rausgespawnt, reingespawnt, rausgespawnt. Das sah schon irgendwie komisch aus. So, okay, wo ist denn die Pseudonymer? Hier, vom Weg. Ich könnte mal zu mir kommen und dann, hier sind noch Soldaten. Dann gebe ich hier Sachen ab zum Auseinanderbauen. Kommst du zu mir, Herr Hisho? Ja, ich bin direkt auf Wehe. Was wollt ihr denn mit so viel Bauteilen? Wenn deine Rüstung kaputt ist, kannst du sie ja mit Bauteilen reparieren. Ja, ich habe ja 4.295 jetzt. Ja, Waffe reparieren, das muss ja auch noch sein, wenn man jetzt... Wie viel hat der Hisho? 1400. Also meine Rüstung ist nur leicht beschädigt und das reparieren kostet 500... Hä? Wo sind die... Ah, da. Das ist die Pseudonymer. Ich hatte hier wer gewohnt. Ah! Ich hatte hier wer gewohnt. Ich hatte wer gesehen. Ja, ich habe hier auch irgendwo in einem... Hi. Ich bin schwindelang. Da liegt schon was auf dem Boden. Wo? Ja, hier, wo ich stehe ungefähr. Kann ich das nicht... Kann das gar nicht bei dem reinpacken. Nur sowas ein bisschen was. So wie ich halt für mich sammle, habe ich jetzt für dich gesammelt. Okay. Dann lass uns doch mal hier weiterlaufen. Nein, du kommst bitte hier hin. Komm, oh! Bin ich irgendwie stumm? Nein, du hörst nicht, ja? Ah, sehr gut. Das... Die ganze Zeit das Gefühl, du hörst dich gar nicht. Nö, nö. Warte, so. Ich will ja auch nicht hören. Nee, das kann auch sein. Hast du... Ich habe... Ich habe gelootet. Komm sofort hierhin. Du willst mir doch jetzt hier nicht alle Einzelteile dahin schmeißen. Doch. Die muss ich doch alle dann wieder... Guck doch, wie du deine Sachen reparierst. Ich sammle nichts mehr für dich. Nein, so meinte ich das jetzt auch nicht. Na, jetzt ist es vorbei. Du kriegst nichts mehr von mir. Ach, so. Nichts. So, wir wollen jetzt ja Schlange den Kopf abschlagen. Ab mit dem Kopf. Du kriegst mich nicht weg. Tschüss, guten Tag. Ich verbrate gleich so ein bisschen Munition bei dem Endkampf. Ja? Alter, was ist denn bei dir nicht richtig? Ja, tut dich selber an, du Depp. Nee. Wir versuchen wieder da hinzukommen, ne? Dann ist er über die Brücke. Hä? Ich war hier schon immer so eine Brücke? Toll, ich hab hier ein Haus gefunden, was einfach in der Wallachai rumsteht. Was ist denn das für ein Haus? Cool. Hey, hier ist ein Händler. Moin Händler. Einfach so aus dem Nichts aufgetaucht, der Händler. Hier, nimm das mal. Und das. Und das. Und das. Hast du aber jetzt nix unbedingt besonders tolles. Toll. So, ich muss weiter. Da gibt's schon Leute, die auf mich warten. Ich warte nicht. Wie, du wartest nicht? Du läufst rein und killst den Endgegner. Ich bin ja gerade durch so ein Dorf gelaufen und lauf jetzt weiter, damit die mich nicht töten. Okay. Ich bin hier bei so einer Eisenbahnbrücke. Ich glaub, da muss ich drüber. So. Toll. Ich hab schon wieder keine Ausdauer mehr. Wisst ihr, was ich echt vermisse? Dass wir irgendwie nix mehr haben, was war... Irgendwie so ganz komische... So eine Vision haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Sodass der eine was sieht, was der andere nicht sieht. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein... Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein Verrückter, an den ich mich jetzt anschleichen tute. Ich bin hier gerade so ein bisschen... Ich kann ihn nicht schlagen. Das gibt's doch nicht. Ja, geil. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Wieso? Ja, ich konnte ihn gerade... Ich hatte sie selber... Ich konnte ihn gerade nicht mehr wissen. Was? Irgendwas stimmt, glaub ich, mit deiner Internetverbindung. Oder mit... Äh, ne, dich höre ich gut, ne? So, wie kommen wir denn? Ich weiß nicht, ob ich dich gut höre. Ah, du mich... Moment. Meine Güte, verhör mich doch noch mehr. Da ist die Pseudonymer. Und ich glaube, hier müssen wir... Ja, hier waren wir noch nie, oder? Ne, hier waren wir noch nie. Und ich glaube, hier müssen wir aber rein. Glaube ich auch. Aber die Pseudonymer lootet da, ne? Ja, aber hier ist irgendwie kaum was. Ich hätte ja gedacht, hier wäre mehr. Das ist mein Toaster. Mein Toaster und nicht deiner. Den habe ich liegen lassen. Ach, das sagst du doch nur. Ja, vielleicht. Hä? Wo bist du? Ach, da. Da ist der Uncut. Uncut, hörst du uns denn noch? Uncut? Uncut. Der bewegt sich aber. Uncut Freak has come online. Uncut Freak, ja. Achso, du hörst uns. Ja, äh, nee. Ja, doch. Wieso bin ich denn jetzt so verwirrt mit wer wen hört? Moment, ey, ich guck mal ganz kurz. Uncut, sag mal was. Hä? Er hat doch ja geschrieben. Geht nicht. Ah, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich. Das war elektronisch. Jetzt ist doch wieder normal. Ja, ich war. Okay. Ja, normal ist anders, aber. Okay. Ich hätte gerade grün. Ja, ich habe auch. Ja, jetzt bist du in der Uncut. Jetzt sind wir stehen. Ich glaube, wir sind schon nah dran. Wir warten jetzt hier auf den Uncut. 119 Meter sind noch weg. Ich kann ja vorne noch gucken, ob wir noch was zum Lupen haben. Vielleicht. Guck mal, da hinten ist so ein Bahnhof noch. Ja, ich glaube, auf der rechten Seite waren noch Gebäude. Hier sind allerdings auch Leute. Keine Ahnung, was los ist. Bei mir ist es am laggen und keine Ahnung. Und ich habe aber auch keine Auslastung auf meinem Internet. Oh, das sind Ansässige. Hier haben wir das schon mal befreit. Das sind gute. Achso, hier. Da können wir einfach so reingehen und gucken. Ja. Okay. Nicht zuschlagen. Das wäre doof. Wann haben wir diesen Ort denn befreit? Zaligorsk. Hi, der Uncut Freak ist da. Hi. Hello. So, wir glauben, also... Was war das? Wir brauchen Kekse für irgendwas. Ah, wir glauben, wir müssen hier rein, weil das sieht auch so aus. Hier geht eine Straße rein und das sieht aus wie so... Seid ihr jetzt? Ich bin jetzt wieder hier vorne. Er steht auf einmal her vor mir, weißt du? Ja. Wo seid ihr denn jetzt da? Ja gut. Der Anker ist hier. Der läuft auch ganz komisch. Immer so ein Stück unter Blatt. Ja, es leckt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob die Playstation wieder zieht? Wo lauft ihr denn hin? Ich weiß, was ziehen könnte. Ich dachte, ich gehe mal hier zum Kommandanten. Au. Hier war noch einer, oder nicht? Ein Intendant, ja. War hier nicht einer? Das müsste überall einen Intendanten geben. War der hier? Guck mal auf der Karte, vielleicht wird der dir angezeigt. Es gibt dir auf jeden Fall einen Händler. Es gibt so eine Geldbörse, die mir angezeigt wird. Hallo, Zelegorsk. War nicht da in der Nähe von dem... Ah, doch hier. Doch, 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 Moment. Ich glaube, hier ist auch der... Ja, hier ist auch der Intendant. Ja, dann mach du das mit dem... So, wo seid ihr denn? Wo war bei den Sachen abgeht? Ich war vorhin hinter dir und dann bin ich woanders abgebogen. So, ich dachte, wir gehen weiter. Na ja, okay. So. Ja, ich lute noch ein Kuck, ob es hier noch Sachen zum Hallen gibt. So. Also, ich bin dann auch jetzt so weit, wo es eine Uncut. Uncut, du bist rot, ne? Nö. Ich bin rot. Doch, okay. Was? Nee, also die Farbe. Die beiden noch da. Du bist grün, Uncut. Ja, danke, ich bin grün. Ja. Wieso bist du denn da hinten? Nicht, weil... Ich weiß nicht, wo ihr... Ich sehe, ich verrate nicht. Ja, aber ich dann... Warte noch hier. So am Leckengrad. Okay. Ich dachte, du wollte es schon weiter gelaufen ist. Deswegen habe ich dich in der anderen Richtung vermutet. Du siehst uns nicht auf der Karte, das hätte tun. Doch, ich sehe euch auf der Karte, aber... Ähm, wenn ihr schon da hinten seid, dann seid ihr, äh... Dann bin ich schon, seid ihr schon weiter. Also, wenn ihr da gerade noch wart, seid ihr schon wieder weg. Gut, so. Eine Ahnung, warum ist gerade am Lecken. Dann kommt mal mit hierher. Hier sind übrigens so Hitzeanomalien. Können wir nicht hier rum gehen? Ich bin jetzt andersrum. Ach so, ja, dann geh du da lang und ich gehe hier lang. Dieser Weg erscheint mir idyllisch. Ja, ich glaube, ich bin auch gleich noch wieder dabei. Äh, dieser Weg erscheint mir scheiße. Hallo! Ich renne einfach durch. Hallo! 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 Mein Weg war besser. So, ich rennen kann es hier. Oh, guckt mal! Was ist denn das denn? Da schwebt was. Muss das so? Oh! Guck mal, wenn in einem anderen Spiel Steine schweben, ne? Dann sind immer alle so, äh, voll doof gemacht. Das sieht man nach einer Explosion aus. Ach so, da schwebt nicht. Das ist eine Explosion, die zeitlich still steht. Gott, ist das hell! Da ist eine Rakete hier eingehlt. Oh, wenn ihr dran geht, hört ihr das auch. Man kann da durchgehen. Ernsthaft? Also nicht durch die Flammen, weiß nicht, aber dazwischen durch. Wie cool, wenn man da dran vorbeigeht, dann hört man dann irgendwie so... Boah, ist voll gruselig. Da ist eine Rakete eingeschlagen und sprengt die Panzer weg. Boah, wie cool. Das ist echt cool. So, wo müssen wir lang? Die Panzer, das sind Motorräder, oder nicht? Nee, das andere sind zwei Panzer und da oben fliegen die Motorräder. So, ab ins Bollwerk. Oh, guck mal, da ist noch eine Tomate. Eine Aubergine. Sorry, eine Tomate. Bitte lass diese Roboter da nicht aktiv sein. Nee, nö. Aber die Leute... Sind die böse? Die sind böse. Ach, komm schon. Nein, 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 nein. Sie ist totschön. Willst du den nicht looten? Na gut. Hier will ich noch mal eine Granate, falls da jemand was braucht. Oh. Also eine, nicht eine Granate, ein, 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 wer ist das Ding? Ein Rezept. Ein Rezept? Ach, jetzt auch nicht mehr. Nee. Hallo, Mr. Roboter. Nee, der bewegt sich nicht, guck. Okay. So, this is where it all must end. Ja. Hier endet nun alles. Wir prügeln euch alle mit unseren Burken. Hey, der hat eine Burke, die wir brauchen. Das ist sehr cool. Komm her. Vorsicht. Jetzt habe ich einen Stein geworfen. Wann soll das? Und ich wundere mich, warum ich nicht nach links ausweichen kann. Weiß ja, steht da einer. Was läuft hier? Nehmt ihr nicht mehr nichts mehr von denen mit, jetzt? Du gehst doch looten oder nicht. Ja, der Hesho sagt ja, der braucht so viel. Nee, ich loote, ich loote ja auch, aber. Haben einen neuen Ort entdeckt. Das Bollwerk. Oh, guck mal, können wir hier alle? Wir können hier echt alle Autos durchsuchen. Wie geil ist das denn? So, hinten ist noch einer. Pass auf, ne, da rennen wir hier rum. Was ist das hier für ein riesen Areal? Wörter, schwierig gerade. Ja, da gebe ich dir recht. Was ist das hier ein Gewächshaus? Ich muss hier gucken gehen, tut mir leid. Hier sind überall Leute. Hier ist ein Gewächshaus. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite von dem ganzen Zeug. Nee. Habt ihr auch ein Gewächshaus? Nee, hier ist Parkplatz. Hm, ich habe ein Gewächshaus. Oh, oh. Das ist irgendwie fies, wenn man zu zweit oder zu dritt einfach auf die Tropfen fällt. Ja, 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 bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Ja, ich habe endlich jemanden mit einer Granate erwischt. Jetzt ist er irgendwie eingefroren. Ah! Ich habe gerade jemanden mit einer Granate. Komm. Er hat sich erledigt. Er war einfacher, der ist einfach umgefallen. Oh. Huh. Wer kämpft da auf der Treppe? Ecke. Festung Wollwerk. So, Moment, da drüben ist er so ein Gewächshaus, sagt die Pseudonym. Hm, und hier sind auch schon auch noch Leute gewesen. Nee. Da haben die hier, ich trampel hier mal einfach über die Beete drüber, ne? Ich habe noch zwei Schrotkugeln gefunden. Ah. Ja, wenn du jetzt kommst, gebe ich dir die eben. Warte. Ähm. Dip, 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 dip. Hier bitte. Oh, danke. So, ist hier eine Tür? Nö. Geht wahrscheinlich nur vornherein. Da kann man auch nicht. Hallo. Hallo, hier wollen wir das Eingang. Ich habe übrigens ein SHT, ich garantiere für nix. Ein SHT? Was ist das? Chill-Höhm-Trauma. Oh. Achso. Hast du eine, hast du eine? Guck mal, da drin steht jemand. Soll ich dir mal eine Granate vor die Füße werfen? Mach doch. Und er hat Boom gemacht. Hä? Was macht der denn da? Granate! Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Oh, okay, wo? Guck mal eben, ich glaube, wir brauchen eh eine Karte. Ja, wir brauchen eine Schlüsselkarte. Weißt du das? Ich bin hier unten, ich bin einfach rechts gegangen und dann bin ich hier oben. Und dann bin ich da dran gegangen und dann hat er gesagt, wir brauchen eine Schlüsselkarte. Also? Du wirst eine Spielentwicklerin. Du hast da mitgewirkt? Okay. Okay. Geh hier jetzt die Treppe hoch. Hallo? Oh. Oh. Hör auf zu schießen. Das ist nicht fair zu schießen. Wer hat es mich denn da mit Flammenwerfer gemacht? Hör auf, mich mit Stein zu bewerfen. Wo wird er hier geschossen? Er wird zurückgeschossen. Ey, bleibste stehen. Toll, hier finden wir jetzt... Sag mal... Ist so bei dem Typen nicht richtig. Kann der jetzt mal... Ist er jetzt hier? Der hat doch bestimmt die Schlüsselkarte, oder? Jo, hat er auch. Jo. So, was gibt es denn hier noch? Antibiotika. Oh, das ist sehr gut für den Anker, der ist glaube ich, der hat einen Schädelieren-Roma. Das ist ein Antibiotika, der braucht dafür Schmerzmittel oder ein Verwandskast. Ich habe beides. Ich würde jetzt mal ein Schmerzmittel nehmen. Okay. So, ich muss glaube ich nämlich auch mal... Ich bin nämlich sehr, sehr verletzt. Seid ihr hier schon über... Ach, du armer Schatz. Ja, ich... Cool, ich habe glaube ich den geilsten Bug ever hier. Zum Beispiel, ich halte beide Hände in die Kamera, er geht automatisch. Oh, nee, das hatte ich eben auch schon gemacht. Ich glaube, es gibt eine automatisch Gen-Taste, oder? Nee, du musst einmal Escape drücken. Ja, ja. Ich habe es geändert. Ah, okay. Äh, nein, ich habe einen Rippenbruch. Was hast du? Ein Rippenbruch. Was nehmen wir denn jetzt? Brauchst du Antibiotika, oder so? Äh, nee, ich habe was, aber ich habe überlegt, was... Warte, dann nehmen wir das. Da bist du beeinträchtigt mit dem Rippenbruch. Wieso, wieso brummt denn man? Und bei euch der Sound auch? Nö, bisschen. So, mir geht es wieder gut. So. Sehr schön. Ist ja alles gelutet? Äh, äh, ich habe alles gelutet. Moment, ich weiß nicht, ob ich alles gelutet habe. Ich bin, glaube ich, auch falsch gelaufen. So, wo ist denn die Tür, wo wir rein müssen? Hier unten. Uh, wir machen jetzt eine Tür auf. Ich freue mich. Räumchen. Ist es denn eine große Tür? Nein. Die war jetzt aber antiklimatisch klein. Ach, da. Das war ja noch nicht die Tür. Ja, da geht es auch noch in die zweite Etage. Ich noch nicht. Ich soll hier öffnen? Da geht es auch nur dahin, wo ihr gerade wart. Ja, ich denke, du kannst öffnen. Willst du auch vorgehen oder nicht? Okay. Hier ist blau. Ich nehme mal an, es geht hier lang, weil es hier blau ist. Wir haben gelernt. Äh. Oh, guck mal. Im Tutorial ist man hier doch langgelaufen, ne? Was war das hier? Da war hier dieser Verrückte. Den hat man erschlagen und dann ist man da hochgefahren, ne? Oh, sein. Irgendwas ruckelt bei mir. Ich habe so statisches Rauschen plötzlich hier drin. Äh. Aha. Aha. Eine Leichenhalle ist ja wunderschön. Da oben ist auch keiner drin. Hier geht es weiter runter. Ja. Wir müssen immer weiter runter. Seid ihr alle da? Ja. Hallo? Hallo, ich bin hinter dir. Psst, psst. Es müssen irgendwo Backup-Generator sein. Es gibt einen Artikel in diesen Garten. Seid ihr da? Ja. Drei, zwei, eins. Ja. Brenne. Wieso brennst du? Weil der mich angebrennt hat. Okay. Backup-Generators. Oh, hier ist eine Energiezelle. Die muss man aufheben. Nicht nur eine. Hier. Oh, nee. Müssen wir ernsthaft jetzt? Wie viel? Wie viel? Huch. Was? Tu da eine rein. Was? Ich habe es wieder reingetan. Ich habe nichts gemacht. Wieso haben die alle unterschiedlichen Fragen? 50 Sekunden. Was? Anomo de Padre et Spiritus Sancti, sage ich nur noch. Äh. Was müssen wir denn? Was? Machen wir die einfach alle raus? 50 Sekunden. Äh. Also, ja. Schmeiß raus. Okay. 30 Sekunden. Hä? So. Und jetzt? Keine Ahnung. Er sagt nichts. Doch, er redet leider noch. Hä? Was sollen wir hier tun? Ist hier irgendwo ein Hinweis? Heißt das was zu bedeuten, CH? Oder müssen wir einfach nur raus? Oder? 10 Sekunden. Äh. Wir gehen. Tschüss. Wir müssen die Notstromversorgung des Bunkers abschneiden. Die Reinigung hat begonnen. Hä? Hä? Also hier ist gar nichts. Nö. Hä? System reboot? Ancat, bist du unten? Ja. Bist du, lebst du noch? Ja. Okay. Dann kommen wir wieder zurück. Okay, ist irgendwas passiert? Hä? Hä? Nö. Ist irgendwas passiert? Nö. Ist hier irgendwo noch was? Wir müssen die Notstromversorgung abschalten. Hm. Das habe ich ja gesehen. So. So, und hier wäre Strom. Wo sind denn jetzt hier die ganzen Aufsteller? Oh, die ganzen Energiezellen sind verschwunden bis auf die hier, ne? Hä? Nö, hier sind wir lang. Hä? Die liegen doch alle hier rum? Die müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge einbauen. Ja, aber woher sollst du denn das wissen? Ja eben, da muss doch irgendwie ein Hinweis sein. Ja, aber die gehen auch nur in ihr eigenes Dingens, ne? Oder? Nee, du musst nur auf E gedrückt halten. Das wird mir nicht angezeigt. Doch. Nein, wird's mir nicht. Ja, also ich kann die auch nicht in jedes. Ich kann die hier rein. Wenn wir sterben. Ich stirbst nicht. Ich kann das gerade nicht. Vielleicht kann man das halt erst, wenn das hier jetzt abgestimmt ist. Kann man hier was drücken? Ich bleib mal, ich gehe mal so ein paar Meter weg. Falls ihr sterbt, kann ich euch wiederbeleben. Wir sterben nicht. Zehn Sekunden. Sagst du so leicht. Man hat aber ein bisschen Angst. Wieso kriegt ihr denn da so Gas? Wir sind dekontaminiert. Dann ist das nicht schön. Okay, ich nehme jetzt mal ein anderes raus, ja? Blau? Ja, ist ja egal. Wir müssen erstmal was rauskriegen. Ich sehe die bei mir nicht. Hä? Ich kann die nicht mehr... Wie viel Blau gibt es denn? Es gibt nicht zwei Blaue, aber es gibt Hell und Dunkelblau. Oder muss man die in einer bestimmten Reihenfolge machen? Ich kann die nicht mehr einsetzen. Ich weiß nicht warum. Ja, das... So nehme ich. Okay, ich habe jetzt mal eine Frage. Da wir anscheinend... Oh, Moment. Nee, das bringt auch nichts. Wir sind anscheinend und zu blöd. Ich gucke jetzt, ob ich hier was finde. Ach so, kannst du die... Was denn mit unserer Special-Taschenlampe? Ja, die habe ich eben eingesetzt, aber da sehe ich nichts. Ach so. Es muss hier irgendwelche Notstrom-Generatoren geben. Vielleicht sind die ja doch woanders. Ich... Also hier ist ein... Nicht, das muss da unten. Weil da ist eine Tür und die muss auch gegenlaufen. Okay, vielleicht sind wir auch einfach nur wirklich zu dämlich mal wieder. Na ja, Moment. Lass du bitte nicht mitten im Weg stehen? Oh, Entschuldigung. Danke. Siehst du, so viel zum dämlich sein. Tja, dann würde ich sagen, beenden wir doch erstmal die Folge. Gucken wir es. Aber wenn wir was... Und das haben wir googeln. Ja, gut. Okay. Ich würde sagen, macht es erstmal gut. Ja. Bis zur nächsten Folge. Und dann geht es weiter in der Festung Bollberg. Jawohl. Tschüss. 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 Vielen Dank.